Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für pochierte Hähnchenbrust mit knuspriger Haut. Pochierte Hähnchenbrust mit knuspriger Haut stammt aus der Feder des bekannten TV-Kochs Alexander Herrmann, der es in der ZDF-Sendung Topfgeldjäger vorstellte. Es besticht, wie viele seiner Rezepte, durch die einfache, schnelle Zubereitung und die überzeugende Darstellung, eben Herrmanns Chefsache. Für zwei Portionen, Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei frische Hähnchenbrüste mit Haut, 200 Gramm Kräuterseitlinge, 1-2 Lauchstange, Liter Geflügelbrühe, halbe Bund Thymian, 100 Gramm kalte Butter, 100 Gramm Kräuterschmand, Sauerrahm, 1 Esslöffel Pflanzenöl, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Kochmesser, ein Küchenbrett, Pfanne, Backpapier, Topf mit Deckel, Küchenkrepp, Küchensieb, Pürierstab. Zubereitung Die Haut der Hähnchenbrüste vorsichtig abziehen und flach ausgebreitet nebeneinander in die kalte Pfanne legen. Etwas salzen, mit Backpapier belegen, mit dem Topf beschweren und bei schwacher Hitze unter mehrmaligem Wenden langsam knusprig braten. Die zu Chips gebackenen Hautstücke aus der Pfanne nehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Den Lauch in grobe Stücke schneiden und kurz mit etwas Öl im Topf anschwitzen. Pilze und Thymian grob schneiden und dem Lauch zugeben. Mit der Brühe ablöschen, aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzig abschmecken. Hier hinein die Hähnchenbrüste legen, mit dem Deckel verschließen, den Topf vom Herd ziehen und Hähnchen gar ziehen lassen, poschieren. Die Hähnchen aus dem Sud nehmen, den Sud durch das Küchensieb passieren, kalte Butterflocken zugeben und mit dem Pürierstab schaumig mixen. Diesen Schritt besonders liebevoll durchführen, damit die Augen auch etwas zu essen haben, die Hähnchenbrüste auf tiefen Tellern anrichten, den gemixten Sud darum träufeln, etwas Kräuterschmand darauf geben und die knusprigen Hautchips hineinstecken. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!